Jo meine Freunde, hier ist auch mal wieder euer Huggy mit einem besonderen Besuch, der Mr. Jules ist da, ja und ich spiele auf der Map Fallen, der Punktestand ist dann 25 zu 15, mit der ACR Schalldämpfer, ja Abschlussserien sind Vorräte, Predator und A6, ja ich hoffe euch wird es gefallen, ja die ein oder anderen werden sich wahrscheinlich fragen, was ist mit dem los, ist der Untergang oder ist das Klon untergefallen, ne meine Leute, zur Zeit sind bei uns die Prüfungen, heute war Englisch dran, es lief mittelmäßig, würde ich mal sagen, morgen kommt Deutsch und übermorgen Mittwoch, äh am Mittwoch kommt dann Matze und dann am Donnerstag und Freitag frei, Jo, ja Jules, wie ist es bei dir heute gelaufen, ja eigentlich ganz gut, bis auf die Verwarnung, ah ja das ist ja, das war ja nix, eigentlich, ja ich habe leider am Donnerstag, also am Donnerstag habe ich nicht frei, Freitag aber auch, ja du hast doch, du hast doch am Donnerstag GSE, äh PCB, genau, jetzt bin ich gespannt, ja bei dir zählt ja die Englisch dann eh nicht, genau, sollte schalten, sollte schalten, PCB eine gute Note schreiben, ja, meine Freunde, ich war halt mit meiner Mutter am Bohnensee beim Küchen sammeln, in 3 Stunden 43 Kilo, hätte immer noch 2 Kilo übrig, wer welche will, soll die Adresse mir per Nachricht schreiben, ich schicke sie ihm per Posten, ich war es natürlich, die wollen ja während der Lieferung vergambeln, ich muss auch immer noch schauen, wie man die scheiß 2 Kilo, los wird, so, ich hoffe nach den Prüfungen wird es wieder ein bisschen flüssiger laufen mit den Videos, mal schauen, vor kurzer, oder vor ein paar Minuten hat, äh, Mr. Steve Place den Channel verlassen im Teamspeak, mal schauen, ob ich den, in ein Video von mir mal reinziehen kann, da versuchen sie mich grad von dem, coolen, Dach hier runter zu geigern, wie ihr vielleicht gesehen habt, ja, in meinen letzten MW3 Gameplays Kommentarys, war ich etwas schlechter, ich hab mir jetzt dann, vorgestern mal hingesetzt, und hab mir mal ein paar Videos von dem, Herrn Kommandokrieger, reingezogen, wie er, an hohe Abschlussserien, herankommt, seitdem bin ich jetzt, etwas besser geworden, Schuess, was möchtest du euch dann noch sagen, ja, also ich, mach jetzt auch grad gar nichts, also, nicht, dass ihr noch denkt, dass ich hier einfach nur rumgammel, um meinen PC und nix mach, ich, spiel auch grad, aber nicht, ähm, oder MW3, sondern, Minecraft, vielleicht kennt es der ein oder andere von euch, müssen sie ja eigentlich im Prinzip, ja, müssen ist ja relativ, vielleicht kennen wir es nicht, vielleicht schon, ja, 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 eine Folge Minecraft habe ich ja schon gemacht, Heiden Sieg, vielleicht, manchmal, die nächste Zeit, mal ein Garrys Mod, Gameplay, mal sehen, und ein paar Battlefield 3 Gameplays habe ich mir auch schon auf meine versparte Gespire, die muss ich auch noch natürlich noch raushauen für euch, demnächst werde ich mich mal an meinen Computer hinsetzen und ein Intro für den Kanal machen, ich freue mich schon persönlich drauf, wie es mir gelingen wird, und, ja, schreibt mir auch auf jeden Fall in die Kommentare, welches Spiel ihr mal sehen wollt, oder, welches Spiel ihr öfter sehen wollt, von meinem bisherigen Gameplay, muss mir jetzt erstmal noch überlegen, soll ich entweder ein neues Headset kaufen, dass ihr mich auch besser versteht, oder, soll ich mir GTA 5 kaufen, da es auch bald rauskommt, glaube im September oder sowas, und, ja, ich habe leider eine schlechte Nachricht für euch, ich habe ja mal angekündigt, dass im September anscheinend der Crew rauskommen wird, kommt, das Release wurde jetzt aber leider, auf den 11. November verschoben, da wird wahrscheinlich dann noch ein Game, ein Video folgen, ich schätze mal, genau am 11. November, ich bin gespannt, wie es ist, ich habe mir mal einen Trailer ein paar Mal angeschaut, oder ein Gameplay von der E3, Spiel ist anscheinend voll, haben wir cool sein, kann mir doch die ganze USA felsen, das Gameplay ist auch schon wieder fast vorbei, ein Kill noch, ein Kill noch, ja, das war das Gameplay, auf Fahldern, mit 25 zu, 15 oder 25 zu 10, keine Ahnung, ich hoffe, euch hat gefallen, hier seht ihr noch die Statistiken, ja, wir sehen uns, bis bald!